Das war's eigentlich. Das war der Tag der Fans. Ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen, hier passiert nichts mehr. Wäre doof, ne? Ist auch Quatsch. Gleich geht's hier los, wie man so sagt, mit dem Kernstück eines jeden Tags der Fans. Es gibt noch ein bisschen Musik, aber um 14 Uhr, dann fangen wir an, unsere beiden Bundesliga-Teams zu feiern auf der Bühne. Und ich hoffe, ihr seid in Feierlaune. Es kommen dann zuerst unsere Werder-Frauen, dann kommen die Werder-Männer. Dann werden Mannschaftsfotos gemacht von den Frauen, von den Männern, von allen zusammen und von allen zusammen mit euch. Wenn ihr nichts dagegen habt. Ich wollte aber sagen, wir bezorgen jetzt einmal durch Lautstärke. Zum ersten Mal lasse ich das heute rufen, indem ihr jetzt besonders laut seid, wenn ich sage, hier kommen gleich die Mannschaften von Werder-Männern. Ich traue mich gar nicht zu sagen, noch lauter. Werder-Männern. 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 Das ist ordentlich. Gleich hier.